Am nächsten Tag sind wir weiter gefahren und zwar Richtung Leht. Dort haben wir eine Zwischenstation gemacht und waren auf der Burg um. Da gab es Mittelalter-Festspiele. Leider konnte man im Ort nicht parken. Sehr, sehr schöner Ort und wir wären gerne mal ein bisschen da spazieren gegangen, aber es war leider nicht möglich. Aber dafür haben wir von dem Mittelalter-Fests ein paar schöne Aufnahmen gemacht, auch vom See und die werden wir euch jetzt mal zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Und anschließend, nach dem Mittelalterfest, sind wir weitergefahren nach, jetzt kannst du mal was sagen. Musik Das ist dieser Wildersportort hier in Slowenien, hier sehr bekannt, wo auch jedes Jahr Abfahrtsrennen sind. Ja, da sind wir eigentlich nur durchgefahren, um weiterzufahren hier in das Tal. Wir sind da auch an einem schönen See noch vorbeigekommen, den gucken wir uns jetzt auf den Rückfahrt dann auch nochmal an. Weil da auch an dem Tag so viel los war. Es war Sonntag halt, alles war draußen, schönes Wetter. Das war ja auch das Problem mit Blade. Es war Sonntag, die ganze Stadt war voll mit Leuten. Dann auch das Mittelalterfest dazu. Was gut gemacht war in Blade war das mit dem Parken, mit dem Hochfahren da auf die Burg. Das ging super. Ach das stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Also die haben das super gelöst da. In einer Tour gingen da kleine Busse, die waren kostenfrei. Und der Parkplatz hat auch nichts gekostet. Der Parkplatz hat auch nichts, genau. War super gemacht. Eintritt in die Burg, ganz klar. Logisch, 11 Euro, glaube ich, pro Person. Pro Person, ja. Aber der Blick von da oben ist es wert. Der Blick über Blade und den See und diese Insel da, das ist Postkartenidylle. Das ist kitschig. Das muss man gemacht haben, wenn man da ist. Ja. Und auf der See jetzt, wenn wir da zurückfahren, in Kranz, Goa. Das ist auch alles selte. Wenn das nicht so voll gewesen wäre, dann wären wir auch ein Boot da auf die Insel rübergefahren. Aber das ging vorhanden. Das ist ja besonders. Ne, wir haben ja auch keinen Parkplatz gekriegt. Ne. Naja, und dann sind wir hier in dieses Brenta-Tal gefahren. Ja. Und sind dann zu der russischen Kapelle. Also wir sind dann reingefahren in das Tal, dann ging es los. Die Serpen Bienen. Und sind erstmal zur russischen Kapelle. Die wollte ich mir unbedingt angucken. Die wurde gebaut in der ersten Weltkrieg für die Soldaten, für die russischen. Und das war leider zu. Ich hab mal den Schlüssel aufgeguckt. Aber man hat drinnen so gesehen, haben schöne Bilder und so. Und man konnte nicht rein. Lä Clinic im Herzen. Auch bei den ganzen Blumenkrieg. Die müssen berühre, wenn die in der Schildkrieg, verbunden auch bei den Länen, auf dem wir die Schlüsselbüterin Flügelung gehen. Über die Wörterung von dem Köln berührt. Und dann sind wir weitergefahren und was dann kam, das war nicht gut. Also kleiner Tick für alle Wohnmobilfahrer. Das Auto sollte nicht riesengroß sein. Also mit einem 10 Meter lang oder 50 Meter lang. Aber ich sag mal so ein richtiger, so ein... Phoenix oder Morello, die kannst du schon in Tonne klopfen. Das sind 50 Kerr und das ist eine sehr schmale Straße. Es geht immer nur einer vorbei. Eigentlich muss der eine immer warten, wenn du rumfährst. Ja, wenn du rumfährst, dann wird es eng. Und das war mit Sicherheit einer der schwierigsten Straßen, die bis jetzt mit dem Wohnmobil gefahren sind. Und unser ist nur 6 Meter lang und auch nicht so breit. Und ein Tipp am Rand, also sonntags bei gutem Wetter würde ich dann nie wieder fahren, weil du dermaßen viel Ausflugsverkehr hast. Motorradfahrer ohne Ende. Und es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Das war eine Tour, die hat uns beide alle Kräfte abgefordert, muss ich ehrlich sagen. Weil Michael musste sich total konzentrieren. Ich bin bei 1000 Tote gestorben, ich habe Höhenangst. Und dann geht das dann rechts aber so, richtig so, ohne teilweise Absperrungen. Und wenn dann mal so ein paar Grenzsteine, die da liegen, sind an der Seite. Also die Treus, die in Norwegen, die sind dagegen ein Witz, wirklich, echt wirklich ein Witz. Also das war eine Straße, ich bin so... Also das war die schlimmste Straße, die ich bis jetzt in meinem Leben gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Woher müssen sie nochmal fahren? Wir sind so viele Straßen schon gefahren. Also in der Schweiz, Pesso, überall. Aber die hier, die hat es echt in sich. Und die Italien hinten auch, die ist auch eng. Sehr eng, aber es geht. Ja, hast ja auch die Spitzkehre nicht mehr dran. Aber da diese 50 Kurven und wir müssen die morgen wieder zurück. Oh, ich darf gar nicht dran denken. Ich setze mich hinten hin. Oder ich kann da nicht gucken. Das ist so heftig, diese Tour. Wir sind abends hier angekommen. Und wir waren beide völlig entkräftet, auch ein bisschen entnervt. Wir haben ja dann auch Hunger gehabt. Was kam noch dazu? Also ich zum Frühstens. Wir hatten ja nur gefrühstückt, nichts groß gegessen. Dann haben wir uns noch hier ein kleines Lokal gesucht. Michael hat Pizza gegessen und ich eine Kleinigkeit. Und ab auf den ersten Campingplatz zurück. Ja. Und ein Trenter, der war, wie hieß der? Autocamp Trenter. Autocamp Trenter Sergej Bolcina. Ja, der ist wohl der Eigentümer. Ja. Und der war sehr nett, der Eigentümer. Und es war auch ein schönes Plätzchen. Kann man nicht anders sagen. Es hätte ein bisschen an der Straße oben. War dann also an dem Sonntag ein bisschen lauter. Aber jetzt so unter der Woche ist da ja nicht so viel Verkehr hier. Also es ist ein schöner Platz gewesen. Wir wollten ja eigentlich zu diesem Campingplatz Tridlau. Ja. Aber der hatte zu. Der hatte zu. Bis Ende Juni. Das war ja dann das Drama. Dann sind wir bis dahin gefahren. Haben uns gefreut, dass wir endlich nach dieser Tour angekommen sind. Und dann hatte dieser Campingplatz zu. Und dann wussten wir ja nicht wohin. Und dann sind wir noch ein Stück weiter gefahren ins Tal rein. Und dann wieder umgedreht. Und naja, egal. Also den haben wir gestrichen. Da haben wir einen großen Haken dran gesetzt. Ja. Der war sehr anstrengend gewesen. Und jetzt befinden wir uns hier auf dem Campingplatz Kling. Kling, ne? Kling, ja. Kling. Ja, wir wollten ja zu diesem Bauernhof hin. Ja. Aber der war voll. Die hatten, weiß man, wie heißt das Ding da? Dieser Bauernhof? Weiß ich nicht. Camp. Camp. Auch hier ein Autocamp. Irgendwas. Ja, es gibt hier so einen kleinen Campingplatz. Das ist ein Bauernhof. Die machen auch selber Käse. Und wir hatten den auch bei Iris und Uwe in dem Video gesehen. Die haben da gestanden, als die hier waren. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Und wir sind da hingefahren und haben uns dann den Platz eigentlich ausgesucht gehabt. Aber da kam dann wohl am nächsten Tag eine größere Gruppe. Ja. Und da waren die schönen Campingplätze, waren belegt. Und wir hätten nur noch einen Platz haben können. Und der wäre direkt am Schweinestall gewesen. Direkt am Schweinestall gewesen. Also im Fronthof. Ja. Und das hat. Und das hat. Und irgendwann kam dann so. Ja. So ein Duft uns entgegen und haben mal gesagt. Erst hat man gesagt, wir bleiben da. Und dann kam irgendwann so ein Duft. Und ich dachte, nee, das halte ich nicht aus. Das geht nicht. Also schön, Bauernhof. Alles gut und schön. Aber das geht gar nicht. Und dann haben wir auch gesehen, dass wir wirklich in Fronthof von dem Schweinestall gestanden haben. Ja, dann sind wir weiter gefahren. Und sind dann wieder zu diesem Campingplatz clean gekommen. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Der ist toll.